Mittlerweile ist das Tor zwischen Island und dem Fjord-Refting wieder offen. Jetzt eine riesen Schlange am Fjord-Refting. Jetzt gehen wir so mit dem Podcast. Das ist echt nicht mehr normal heute. Das war auch ein paar Tage geschlossen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das hier ist. Die stehen echt bis hin. Bis nach Skandinavien. Das ist echt nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Komm an ey. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt ist auch bis ins Gesichtsschutzbehandlung auf den Schirm. Hier ist auch alles Sichtschutzbehandlung auf die Brandstelle. Fjord trefft den Griff wieder. Ein Glück hat es die norwägische Stabkirche überlebt. Hier ist nichts passiert, kein Brand, nichts. Hat die Feuerwehr gut gemacht. Und hier ist nur ein Schaden. Ich habe ein Schaden. Ich bin leiser, aber er müsste einen Schaden. Vielen Dank.